gestern hatten jesse und chester die unvergesslichste nacht ihres lebens aber heute morgen können sie sich man wo ist mein auto an nichts mehr erinnern das ist christy boner die geilste braut der welt hi jesse das war echt eine unglaubliche nummer gestern nacht hast du meine karre gesehen ich kann mich an die rückbank erinnern ich meine das komplette ding sie haben nur eine möglichkeit die auto wiederzufinden auf keinen fall haben wir gestern abgehandelt sie müssen rauskriegen was gestern abend gelaufen ist und mit wem ihr zwei habt ganz andere probleme wo wart ihr gestern zwischen mitternacht und zwei uhr morgen wir haben überhaupt kein plan hören sie doch mal auf der gehört nicht zu uns wir bekommen unsere anweisungen von einem anderen planeten gestern abend war dir im besitz des kontinuum transfunktionators war hier auch schon mal auf urinus macht nur weiter so wir werden fast immer verarscht okay und chester ich weiß nicht wieso möglicherweise werden wir euch begleiten wir sind persönlich wenn wir den kontinuum transfunktionator kriegen 20th century fox präsentiert den ultimativen das ist ein lama mach ein auf leiche berauschenden thriller du hast ja ein tattoo du auch tut was ist es denn sweet was hab ich was ist es denn sweet was hab ich was ist es denn sweet ey man wo ist mein auto was habe ich auf dem rücken na sweet und was hab ich auf dem rücken was hab ich auf dem rücken was hab ich auf dem rücken